Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 168 und dem Thema Mein Energiegeheimnis. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, heute mit dem Thema Mein Energiegeheimnis. Hey, herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Durchstarter-Podcast, den Informationen für ein außergewöhnliches Leben. Heute also das Thema Mein Energiegeheimnis. Ganz viele Menschen kommen ja immer wieder auf mich zu und sagen, ey, Damian, du bist ja wirklich so voller Energie, wie du das in deinen Webinaren immer machst, so wie du auf diesen Workshops bist. Du bist ja wirklich so. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich mal prüfen wollte, ob du wirklich die ganze Zeit so bist. Wo nimmst du diese Energie her? Und ja, das ist spannend, denn diese Frage beantworte ich wieder und wieder und wieder, denn unsere Message auf den Workshops ist ja, Energie gewinnt. Die, die mehr Energie haben, sind mutiger. Die, die mehr Energie haben, trauen sich mehr zu. Die, die mehr Energie im Leben haben, nehmen große Herausforderungen einfach an. Die, die mehr Energie haben, lösen große Probleme. Die, die mehr Energie haben, die schnappen sich ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin. Die, die mehr Energie haben, mit denen macht es abends im Bett einfach mehr Spaß. Die, die mehr Energie haben, die sind diejenigen, die in der Verhandlung punkten. Wahr oder wahr? Also wo kommt diese ganze Energie her? Es ist ein Mix. Fangen wir mal an. Ein Grundbaustein für Energie ist natürlich deine Gesundheit. Wahr oder wahr? Und Gesundheit bedeutet, dich um die richtige Ernährung zu kümmern. Eine Ernährung, die dir Energie gibt. Und die richtige Bewegung zu dieser Energie. Dazu habe ich schon ein bisschen was erzählt. Das soll heute auch nicht der Hauptbestandteil sein. Ein viel, viel wichtigerer, noch weiterer Bestandteil ist. Viel Energie kommt aus einem extrem großen Warum. Ja, du hast richtig gehört. Der Hauptantrieb für diese Energie, die ich habe, kommt aus dem Warum. Warum ich etwas will. Warum ich dieses Ziel habe. Das Warum hinter meinem Antrieb. Das Warum hinter dem Handeln. Und ganz viele von euch kennen ja schon die Folge 10, 20 und 30, in der ich erkläre, was mir im Leben so widerfahren ist. Dass ich früh angefangen habe, ein Unternehmen zu gründen. Dass ich schon mal alles verloren habe mit dem Selbstmordversuch und all dem, was eben so dazugehört. Und dieses Warum, dieses wirkliche Warum, wenn Menschen es schaffen, ein Warum zu finden, weil es größer ist als sie selbst, dann schiebt dich dieses Warum zu neuen Ufern. Es lässt dich Berge erklimmen, von denen du nicht wusstest, dass du die Kraft hast, überhaupt nur im Ansatz so hoch aufzusteigen. Es lässt dich Flüsse durchqueren, die fließen wie ein reißender Strom und du trotzdem die Kraft aufwendest, um auf der anderen Uferseite anzukommen. Es lässt dich durch den Morast und den Sumpf warten, ohne die Garantie, dass du da wirklich durchkommst. Aber du findest auf einmal irgendwie einen Weg, durch dieses Sumpfgebiet voller Herausforderungen durchzukommen. All das, der Antrieb dahinter, ist ein Warum. Und damit das mit dem Warum richtig funktioniert, ist die Grundlage die richtige Umgebung. Die was? Ja, die richtige Umgebung. Denn stell dir vor, du kommst abends nach Hause und dein Tag war richtig stressig. Und zu Hause wartet ein Partner oder eine Partnerin auf dich. Dann gibt es letztendlich nur zwei Zustände. Du machst die Tür auf, sagst Hallo und das, was zurückkommt, gibt dir Energie oder es raubt dir Energie. Bei den meisten Menschen gibt es die Erfahrung, dass das, was zurückkommt, ihnen Energie raubt. Da wird gemeckert und gezetert und Schuldvorwürfe und Anklage und so weiter. In den wenigsten Beziehungen gibt es Energie. So, jetzt stell dir mal vor, du kommst also in so ein Umfeld, wo nur gemeckert wird und nur genörgelt wird. Und in diesem Umfeld sollst du ein großes Warum finden, was einen riesigen Antrieb ausmachen soll für ein ganz, ganz außergewöhnliches Leben. Wie soll das gehen? Geht das, ja oder nein? Nein, das ist zum Scheitern verurteilt. So, jetzt nehmen wir mal den anderen Fall. Du kommst nach Hause und dort gibt es Energie. Und du bist in einer Umgebung voller guter Energie. Und jetzt nehmen wir mal dieses Umfeld und erweitern das über den Partner hinaus. Da gibt es dann noch deine Eltern, die mit reinquatschen, dass dir dann wieder Energie gibt oder nicht. Da gibt es gute Freunde, die entweder an dich glauben oder an dich zweifeln. Das gibt dir Energie oder raubt dir Energie. Dann gibt es Mitarbeiter, die dich supporten oder die dir sozusagen permanent den Boden unter den Füßen wegreißen. All das gibt dir Energie oder raubt dir Energie, wahr oder wahr? Und in diesem Umfeld finde ich ein riesiges Warum. Mein Umfeld gibt dir Energie. Ich habe Menschen, mit denen ich den Tag über zusammenwirken kann. Das sind nicht Mitarbeiter, sondern Freunde. Es sind Freundschaften entstanden. Es ist wie so eine Familie geworden. Und wir haben einen Umgangston und einen Umgang miteinander, der weit, weit über das Wir arbeiten zusammen hinausgeht. Das ist schon mal eine gute Grundlage, wenn nicht sogar überhaupt eine der wichtigsten Grundlagen überhaupt für viel Energie und ein riesiges Warum im Leben. Dieses Umfeld, was daraus, was natürlich Kreise zieht, wenn das Umfeld im Beruflichen gut ist, dann machst du dir Gedanken darüber, wie soll das Umfeld zu Hause aussehen. Und ich habe meine Traumfrau an meiner Seite und viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Das ist einfach das größte Geschenk in dem Leben, zu sagen, hey, du hast den Partner an deiner Seite, aus dem, aus einer Eins und einer noch einer Eins, nämlich ich bin eine Eins, sie ist eine Eins, nicht nur eine Zwei wird, sondern eine Elf. Und wir haben auch noch die gleichen Interessen, wir können das Gleiche denken, wir können in gleichen Größendimensionen denken und dann kommt da natürlich was unfassbar Starkes bei heraus. So, dann habe ich Eltern, die an mich glauben, ich habe zwei Schwestern, die ich von ganzem Herzen liebe und ich habe die Kids um mich herum, für die ich alles tun würde. Also Umfeld, ideal. Doch wo kommt nun diese unfassbare Energie her? Wo kommt dieser unbändige Antrieb her? Dieser Drang, etwas Neues auszuprobieren, dieser Drang, etwas Neues zu konzipieren, dieser Drang, etwas mitzuteilen da draußen, der kommt von dir. Du bist der Antrieb hinter allem, was ich hier mache. Dein Gesicht, wenn du an einem Freitag mit skeptischen Blicken in so einen Workshop kommst und am Sonntagabend sind deine Augen am Leuchten, weil sich deine Innenwelt umgebaut hat und du bereit bist, selbstbestimmt, auf der Grundlage von Prinzipien und Wissen, das Leben zu kreieren, von dem du schon immer geträumt hast. Du bist der Grund, weil du mir unter den Instagram-Post sowas schreibst wie, danke Damian, ich habe es gerade verstanden, das hat dazu geführt, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und jetzt fühle ich mich richtig wohl. Du bist dieser Grund, weil du diese CDs von mir hörst und mir diese Kommentare schreibst wie, wow, jetzt habe ich verstanden, ich hatte da einen Energiewampir überall an mir kleben, in meiner Beziehung, in meinem Arbeitsumfeld, ich habe mich da rausgelöst, habe mein eigenes Ding gemacht und wow, jetzt macht das ein bisschen. Das Leben richtig Spaß. Du bist dieses Warum. Du bist mein Antrieb, denn du bist diese Person, die all das hier, das, was es hier gibt, diesen Durchstarter-Podcast, dieses Seminar- und Workshop-Universum durch mich hindurch entstehen lässt. Du bist der Antrieb, dein Danke, dein Feedback, dein Danke, dass du meine Beziehung gerettet hast, danke, dass du mir dabei geholfen hast, wieder gesund zu werden, danke, dass ich mich in diese finanzielle Freiheit hinein entwickeln durfte. Das ist Antrieb. Und dieses Warum, diese Menschen, die alle einen Namen haben, gepaart mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin und meinem Umfeld, ist sozusagen der Raketenantrieb. Und diese Dinge entwickeln sich nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Und ich erzähle dir ein bisschen was aus dieser Entwicklung, damit du das greifen kannst, wie ich das meine. 2010 habe ich etwas im Finanzmarkt losgelassen. Wir hatten am 6.05.2010 1,5 Milliarden im Markt an offenen Positionen unter Verwaltung. Eine extrem aufregende Nacht. Es hat gigantisch Katsching gemacht in dieser Nacht und am nächsten Tag habe ich beschlossen, alles loszulassen. Und ich wusste überhaupt nicht in diesem Moment, wie es in meinem Leben weitergeht. Dann wurde Kian, mein Sohn, geboren und ich konnte erst mal ganz Papa sein. Und ich weiß noch, wie dieser kleine Zwerg morgens auf meinem Bauch lag und ich auf dem Sofa lag und die Sonne durchs Fenster strahlte und der kleine Zwerg stundenlang da irgendwie geschlafen hat. Und ich einfach zugeguckt habe. Denn ich hatte einfach nichts anderes zu tun. Ich konnte ganz Papa sein. Und dann habe ich mir diese Gedanken gemacht über diesen Zwerg und wer ich für diesen Zwerg sein will und was ich vorleben möchte und wofür das steht, dass ein Leben in mein Leben gekommen ist. Und dann habe ich mir Prinzipien überlegt, was ich vorleben will. So was wie Wachstum, so was wie Authentizität, so was wie Mut, so was wie Unerschütterlichkeit, so was wie so lebt man ein Leben clever, so was wie ich glaube an dich, so was wie und diese Liste wurde immer länger, immer und immer länger. Und dann ist mir klar geworden, dass sozusagen dieses kleine Energiebündel, was da in mein Leben gekommen ist, einen gigantischen Turboantrieb für mich bedeutete. Auf einmal wollte ich nicht mehr nur etwas für mich oder meine Partnerin machen, sondern für ihn, für dieses kleine Wesen, ein noch besserer Mensch werden. Und dieses noch besserer Mensch werden hat dazu geführt, dass ich Menschen eingeladen habe, von meinen Erfahrungen im Leben zu profitieren. Und erst waren es ein paar im Wohnzimmer, dann haben die wieder welche mitgebracht, dann waren wir auf einmal in einem Hotel und irgendwann gab es dieses Level Up Your Life Event in 2017. Das allererste Mal, tausend Menschen, eine große Bühne, eine große Lichtshow und zwei Tage voller Emotionen, voller persönlicher Durchbrüche, Aha und Klickmomente bei den Teilnehmern. Und am Abend von diesem ersten Level Up Your Life, am Sonntagabend, war ich fix und fertig. Und ich saß mit Tränen in den Augen auf der Bühne und hatte dieses tiefe Gefühl der Dankbarkeit in mir. Dieses Gefühl der Dankbarkeit gepaart mit dem Wissen, das ist geil. Geil. Geil mit G-A-I-L. Ganz angekommen im Leben. Und von diesem Moment wusste ich, dass ein Format entstanden ist, was weit über meinen Sohn und über mich hinausgeht, nämlich in das Leben der Teilnehmer hinein. Und das mir klar geworden ist, wenn ich tausend Menschen an einem Wochenende begleiten darf und davon viele diese Klick- und Aha-Momente haben, dann werden diese Menschen dieses Wissen in ihre Familien mit hineinnehmen. Und aus tausend Menschen vor Ort werden vielleicht dreitausend, viertausend, fünftausend Menschen Reichweite, weil sie Familien haben, Kinder haben, weil sie Arbeitskollegen haben, weil sie Mitarbeiter haben, diese Menschen, die da waren. Und mir ist klar geworden, ich kann damit etwas verändern. Und so bin ich also die letzten zwei Jahre, 2017, 2018, mit diesem Level Up Your Life immer größer geworden. Und es hat immer mehr Menschen berührt. Und aus dem Level Up Your Life ist dann die Live Design Academy entstanden. Fünf Programme mit unfassbar viel Tiefgang, mit dem Aufräumen der persönlichen Innenwelt. Und unter anderem gibt es dort diesen Destiny Workshop. Destiny steht für Schicksal. Und es war dieser Destiny Workshop in Gifhorn im Jahr 2017, der alles verändern sollte. Es waren fünf Tage voller magischer Momente, ein paar hundert Menschen ausgerichtet. Und die ersten vier Tage sind sie in Gruppen-Challenges, in Energie-Challenges gegeneinander angetreten. Doch dann kam der Sonntagmorgen und alle Teilnehmer waren draußen vor der Tür und etwas Magisches sollte passieren. Und ich habe das erst gar nicht mitgekriegt. Jede Gruppe hatte sozusagen eine Gruppenfarbe und eine Gruppenbandana. So ein Bandana, das sind so Tücher, die man sich um das Handgelenk bindet. Und jede Gruppe hatte eine Farbe, jede Gruppe hatte einen Gruppen-Chant. Und dann passierte Folgendes. Eine Person. Ein Satz sollte alles verändern. Denn diese eine Person ist aufgestanden und hat gesagt, wir sind nicht getrennt. Wir sind alle eins. Und auf einmal wurden aus den vielen unterschiedlichen Gruppen-Chants dieser eine, dieses Wir sind alle eins. Wir sind alle eins. Wir sind alle eins. Und dann kamen also die Gruppen nicht als Gruppen, sondern als eine große geschlossene Gruppe ein. Die haben sich diese Bandanas, die ja unterschiedliche Farben hatten, ausgetauscht. Es war alles total bunt durcheinander gemischt. Und in der Feedback-Runde hat irgendjemand gesagt, Damian, das, was wir hier machen, verändert die Welt. Das, was wir hier machen, muss da raus. Es muss in eine ganz andere Dimension. Und ich hatte in diesem Moment noch keine Ahnung, was das in meinem Leben bedeuten sollte, in dem Leben meines Teams und in dem Leben unserer Coaches und Teilnehmer. In der Folge verging ein bisschen Zeit. Und irgendwann kam eine Idee auf, einen Samen. Und dieser Samen wurde extrem groß. Und dieser Samen hat uns zum Brennen, zum Lodern gebracht. Und dieser Samen heißt Olympia Halle München. Wir schreiben das Jahr 2023. In diesem Jahr wird etwas entstehen von einer Dimension, einer Größe und einer Intensität, das es auf diese Art und Weise noch niemals zuvor im deutschsprachigen Trainingsbereich jemals gegeben hat. Du solltest also, wenn du das jetzt hörst und dein Herz gerade sagt, oh, was kommt denn da? Was hat denn der vor? Wenn du dort jetzt in Resonanz gehst, dann solltest du dir ein ganz bestimmtes Datum jetzt schon mal reservieren. Der 9. und 10. September 2023 wird das Leben von extrem vielen Menschen an einem Wochenende komplett verändern. Und wenn du ein Durchstarter bist, wenn du ein Überflieger bist, wenn du sagst, wow, was hat er denn da vor? Dann solltest du jetzt nicht deinen Kopf befragen, sondern auf dein Herz hören und dir dieses Datum jetzt schon mal reservieren. Alle weiteren Infos werden irgendwann dazu kommen. Das ist sozusagen das allererste Mal hier, dass ich davon überhaupt erzähle. Doch das, was da rauskommt, als ich das den ersten Menschen in meinem kleinen Kreis erzählt habe, war eine Welle voller Energie, eine Welle voller Dynamik, einer Welle von Inspiration. Leuchtende Augen schlugen mir entgegen und diese Sprache dieser Augen sollte heißen, wir sind dabei, wir sind eins, komme da was wolle, das Ding muss entstehen. Und genau das passiert jetzt gerade. Und wenn du mich fragst, wo kommt diese Energie her? Dann von dir. Dann von diesen Momenten, die sich dynamisieren, die so multidimensional sind, dass sie kaum planbar sind. Weil ich meinem Warum, meinem Antrieb folge. Geiles Umfeld, geile Menschen um dich herum. Vielleicht gibt es Kinder, die einen Namen haben, für die du aufstehen willst. Doch dann finde deine Leidenschaft, deine absolute Passion, etwas in dieser Welt zu verändern, deinen Beitrag zu leisten. Und wenn du deinen Beitrag gefunden hast, dann gibt es Antrieb. Dann gibt es etwas, was dich früher aufstehen lässt und abends später ins Bett gehen lässt. Was dich eine, zwei, drei Stunden länger durchhalten lässt, als alle anderen es für möglich gehalten haben. Es ist diese Passion. Es ist der Beitrag in deinem Leben. Und damit sind wir auch am Kern. Was du finden musst, damit du diese unfassbare Energie hast, ist dein Beitrag, dein Warum. Dein Beitrag, warum du hier bist, deine Message, deine Aufgabe, aber das, was du im idealen Umfeld rausbringen willst, was du da draußen, was du der Welt zu geben hast und was sich durch dich einfach entwickeln muss. Wenn du das gefunden hast, dann brennst du. Dann bist du ein Vulkan. Dann bist du die Quelle der Energie. Dann bist du verbunden und es fließt eine Energie durch dich hindurch, die dich voranschreiten lässt, die dich alle Ängste einfach annehmen lässt, aber nicht als Hilfe. Jetzt bin ich paralysiert und komme nicht voran, sondern du sagst, komm Angst, komm her. Komm mal her, du. Komm her, Angst. Ja, ja, keine Angst. Ah, ich weiß, du machst mich frei. Ich weiß, ich liebe dich, Angst, weil dauert, wo du bist, da geht es in die nächste Dimension, da geht es in die nächste Größe. Da, wo diese Angst ist, die mich sonst aufhalten will, da geht es in die Freiheit hinein. Komm her, Angst. Ja, du machst mich frei. Das ist es. Das ist Energie. Das ist ein Warum. Das ist dein Antrieb. Finde diesen Beitrag in deinem Leben. Und wenn du dazu Inspiration brauchst und die vor 2023 haben willst, komm auf das nächste Level Up Your Life Event. Mein Rat an dich, an dieser Stelle ist ganz klar. Finde deinen Beitrag. Finde dein Warum in deinem Leben. Und dann sei so mutig, dich damit zu zeigen. Und dann macht das Leben etwas mit dir. Setz dich also hin. Nimm dir ein bisschen Zeit. Überleg dir, was ist mein Warum? Ich würde mich freuen, wenn du die Gedanken, die du jetzt in dir trägst, mit mir teilst. Was ist dein Eindruck? Was fühlst du gerade? Wie geht es dir gerade damit? Wie fühlst du diese Energie? Fühlst du die Kraft, die da drin ist? Das, was es jetzt mit dir macht, das würde ich gerne erfahren. Und dazu geh auf meinen Instagram-Account unter Damian Life Coach und schreib mir einfach unter den letzten Post, den du dort findest von mir, wie es dir gerade geht, dass du diese Folge hörst und was es gerade mit dir macht. Ich bin mega gespannt und freue mich auf dein Feedback. Bleib zu sagen, mach's einfach, wenn du bist viel größer, als du denkst.